Ja! Kennst du ihn? Wer ist das? Dein Vater. Wolfgang ist nicht dein richtiger Vater. Wer hat dir das gesagt? Mama. Er heißt Frank. Was sieht jetzt schön? Wunderbarer Junge. Was ist das? Ich denke an ein amerikanisches Kriegsschiff. Die Amerikaner transportieren von deutschen Häfen Waffen nach Vietnam. Und du willst so ein Schiff sprengen? Mit eurer Hilfe? Auf so einem Schiff arbeiten Menschen. Nein. Wir müssen sie vorher von Bord drehen. Vielleicht runterlocken. Genjakuma, das ist halt. Du weißt wieso wie deine konstruktive Arbeit schätzt, aber das ist... Was ist? Ihr redet immer von großer Aktion. Ich gebe euch die Möglichkeiten dazu. Oh mein Gott, es ist Sahara Night. Hi. Wir haben endlich hier. Wir haben endlich hier. Wir haben endlich hier. Wir haben natürlich hier. Wir haben ja jetzt einfach ein Arche. Wir haben jetzt hier. Wir haben hier.